Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von NEDGE! Ich habe meinen Kaffee jetzt versüßt, geil, jetzt schmeckt der Bombe. Sogar Eis reingemacht und Milch. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, ob wir effektiver werden, denn Mist. Jetzt einfach alle ausgewichen ist. Warum kriege ich keinen, Mann? Aber mich kriegen alle. Sogar Mitte. Sogar Mitte. Sogar Mitte. Stirbfotze! Warum sterbt ihr denn nicht, Digga? Ich habe jetzt wieder drei Raketen, Alter. Wollen die mir sagen, dass die hier... Vier... Dann lasse ich mich da und stürze ich lieber ab, bevor der Einwixler einen Punkt bekommt. Ähm... Na also, meine Fresse. Dinger, das kriege ich Müll, Alter. Die wollen mir jetzt erzählen, dass ich über den dritten Platz nicht komme, oder was? Ja, die zeigen mir einfach das, was mich nicht interessiert. Sag doch einfach, ob ich getroffen habe oder nicht, Mann. Warum zeigen die mir hier... Und dann drehen sie sich behindert mit der Kamera, so dämlich. Und dann meld ich dich löchert, weißt du? Ah... 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 Das ist doch ein bisschen Ich bin der 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 Mist, Mann Na, klar, doch Digga, warte, was ist das, Mann? Ich bin voll unter Beschuss Jetzt habe ich angeblich wieder keinen Treffer, Mann Digga, die drehen mir das So, wie sie wollen, Alter Kann doch nicht wahr sein Ich schieße drei auf ein, Digga Und der mit mir zehn, die Wegen drei aus, Digga, oder was? Die können drei ausweichen Willst du mich verarschen, oder was? Schieß, du blöde Fotze, schieß Pitchkommantere, Digga, was ist das, Junge? Ich habe hundertmal geschossen, Digga Und der mit mir zehn hat, der kriegt das nicht hin Was ist das, Digga? Wie viele Raketen wollen die auswählen, Alter? Und ausweichen, Digga, hundert, oder was? Gib dir das, Digga Unglaublich, echt? Schießt du auf ein, hundert Raketen, Alter? Nein, er kann alle ausweichen, Digga Er kann alle ausweichen Er ist, er ist der Gott der Arena, Digga Nee, Alter Meine Fresse, Digga Lass dich doch töten, Alter Die tun so als ob, Digga Ich werde jedes Mal, wenn ich Randale habe, bin ich zerfetzt, Digga Hauptsache, ich bin der, der zuerst stirbt Ja, Jebe, Alter Ich speichere das jetzt ab Ich lasse mich doch nicht verarschen Vor allem nicht so Ach, Alter Ach, Alter Ich löse mich doch noch Weil es ist ja Ich lasse mich doch noch Bescheid Ich glaube, millig 接着 strategist bin ich Ja, genau dann, wo ich Gas gebe. Ja, nee, ist klar. Eine Sekunde vorher konnte er nicht. Das war zu viel. Aber sobald ich... Ah, jetzt gibt er Gas. Jetzt hau mir ihn weg. Alter. Das krieg ich Tarnung, weil es mich auch interessiert getarnen zu sein. Weißt du, weißt du, Stand speichern. Wenn die mir jetzt dumm kommen, starte ich neu. Hauptsache, ich werde von hinten genommen, Digga. So wie immer. Ja, logisch, schicken wir ihn auf den dritten Plan. Einfach kurz zu Ende, Hauptsache, ficken. Nee, Alter, darauf lasst du mich schon gar nicht erst ein, Alter. Halt's Maul, lass mich doch hinfliegen. Halt's Maul, nein, healt's Maul, nein. Dann nochmal, dann nur so ruhig eine andere Route. Ey, Alter, Hauptsache, ich bin unter Beschuss. Hauptsache, ich bin unter Beschuss, Digga. Hauptsache, ich. Hauptsache, mich bumsen zuerst. Hauptsache, egal wie es sich dreht. Hauptsache, ich bin vom Feld. Gut, das ist die Hauptsache, Digga. Und dann sind alle glücklich. Scheißdreck, Digga, echt? Ja, wenigstens irgendwas, Mann. Unglaublich. Boah, dieser Kaffee-Kalt ist geil, Digga. Mann, hat mich dieses Level genervt. Ich habe echt das Gefühl, wir sind Miami Beach, Digga, vorm Aufbau. Ausgerechnet hier in der Kurve, Digga. Ja, ich merke schon. Ja, Halt's Maul, haben sie mich rausgehauen. Was? Hey, 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 hey. Boah, Glück gehabt. Gibt Gummii, gibt Vollgas. Ich lebe das. Mann, immer knapper, Digga. Also die 150 Riesen hab ich mir jetzt auch echt verdient, Digga Sauer verdient das Geld Genau, Digga, genau das letzte so Ach, alles Luft Alles Luftkampf Für was hab ich mein Geld ausgegeben? Geschwindigkeit Und danach alles Luftkampf Ich flieg doch rein, Mann Ich flieg doch rein Na also 100 Jahre später, Mann Boah, der ist schnell, Digga Was ich hier in den Gruppen ist echt scheiße Glück haben, dass ich ihn gekriegt hab What's up? Ja, klar, Digga, hast du Randale, ficken sie dich Ja, leck mich doch kreuzweise, Alter Mann Hast du was? Bumsen die dich sofort So, oh, jetzt, zack So, Alter So hinterfotzig, Mann Stirb doch, du Wuhren, Alter Warte, speichern Ja, Digga, dann ist Dings vorbei bei Randale Ja, egal Alles nur Luftkampf, glaub ich Hier, rück und dann Luftkampf Ach, ach, ne Danach kommt nochmal Luftkampf Und dann haben wir nochmal ein Rennen Und dann sind wir durch Mann, ist der schnell Junge, ich hol ihn ja mega heftig ein So im Fliegen nochmal Junge, ist der schnell Was ist denn der Scheiße jetzt hier? Oh Junge Ich muss die Matchpunkte jetzt kriegen Ich bin denen gut voraus Und das passt denen nicht Seht ihr das? Ich krieg die ganze Zeit einen auf den Deckel Oder versucht Oder es wird versucht Mir die ganze Zeit einen einzudrücken Oh, dieser Phönix Keine Chance gegen mich Ich bin schneller als er Nein! Und? Also ich nimm's an Oder ich nimm's Fickt euch doch Ich nimm's nicht an, Digga Ich nimm's an Tonkraft der Penny Jams, heißt du das Lied oder heißt du die Ecke? Nein, nein, nein Wollt's und Wunder, als Obdinger, was weiß ich denn aus? Nein! Der Vorteil ist, dass er ihn jetzt bumsen wollte und damit hat er keinen Sprit mehr gekriegt. Jetzt noch die Kaube! Jetzt noch die Kaube! Ja, du Hörner! Ha ha ha! Ihr kleine Motherfucker! Wir, du Opfer! Es kommt Luftkampf! Schon wieder! Ja, das ist ein Schmineller! Hmm. 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 Oh, Digger. Weißt du, was ich als nächstes mache, nachdem? Ähm, als nächstes, nachdem werde ich für das hier, also für den, äh, Schutz kaufen. Oh, nee. Oh, nee. Digger, voller Bremse, 225. Oh, nee. 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 Oh, nee.